Hey, wir spielen jetzt Content Warning, ein neues Spiel, das ich, ein Kumpel von mir, der Kieler Kerl, Björn, mit dem ich jetzt hier auch zusammenzocke, und Nikola und Bobby, hallo, sag mal kurz alle hallo, 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 stark, und, äh, die sind schon im Spiel, das Spiel heißt Content Warning und ist ein Multiplayer Horror, irgendwas, keine Ahnung, wir gehen rein, und, ähm, ich hab keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet, Ja, das wissen wir alle nicht, wissen wir alle, ihr seht ja richtig scheiße aus, ja, hat er nicht gesagt, ne, aber ich mein jetzt nicht ihr persönlich, so, dein, du kannst dein Gesicht hier ändern, da, genau, ich, ich, ich lächel doch voll, und ich bin ein Pink, Rot vor Wut, das passt zu Eddie, so, Eddie, was ist denn das, soll das ein Bart sein? Ich glaub schon, oh Gott, ich kann, ich seh ja gar nicht, ja, Nikola, du bist jetzt sehr laut, aber ist okay, ne, warte mal, ich mach dich mal kurz leiser hier, du kannst mich ja leiser machen, genau, ich mach dich dafür auch ein bisschen lauter, so, so, perfekt, hallo, kann man sich umziehen? Nee, nee, we müssen große, wir müssen große Spook Spooktube-Stars werden, und wir müssen jetzt hier raus Ist da jemand ungeduldig? Nein, ich bin nicht ungeduldig, aber Ich hab doch gerade das geändert hier, wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso geht das nicht? Er neednt Rot! Auf geht's, ich dachte das Spiel Nee, ich will aber doch rot sein, und es geht nicht Aber dass du, warte mal, ist da irgendwer rot, aber dass du lachst, ist ja auch Quatsch, oder? Ich bin blau, glaub ich So, jetzt Hacke ich noch eine Kette Ah, da ist er ja Oh mein Gott, ja, okay, gut Oh mein Gott, okay Lauf dir auch so langsam Ja, du kannst auf Shift, glaub ich, schnell laufen Ja, Freunde, eine Maschine Wie entde ich denn den, den, die zeichnen in meinem Na, äh, in meinem Gesicht? Hm, gar nicht So, kommt, wir legen los jetzt Verlasse das Haus Das ist ja hier mal richtig Next-Gen-Grafik Guck mal hier, also, ne, das ist hier unser Whiteboard, ne Runter an die alte Welt Etwas gruseliges Filmen Auf Spöktube hochladen Und berühmt werden Ja, nichts leichter als das 1,3 MB Das ist wichtig Hier ist Spöktube Ah Hier ist schon mal, hier ist schon mal ne Taschenlampe Nehm ich mit Ja, nehm ich auch mit Jeder nur eine Taschenlampe, bitte Was ist das? Ja, die ist der Kameramensch Hä? Eigentlich bin ich, meine Stärken sind eher vor der Kamera Heute ist alles rum So Einkaufen gehen Aber dann machen wir jetzt, muss ich auch noch Racket Ach ja Wahrscheinlich schon Selfie-Mode Das bin ich Sie wurden geblitzt Okay Mach 10 Euro Aber dann machen wir das jetzt schon Was ist denn hier? Warte mal Äh Hier, guck mal, hier ist ne Tafel Lampen Geld ausgeben Haben wir Geld? Ne, ne? Ne, wir haben nur Dollar Ach guck mal, es gibt verschiedene Lampen Erstmal Geld verdienen Das ist ja für ein surrealistisches Spiel Defibrillator Guck mal, wir kriegen hier Das Equipment Das Equipment kann man richtig noch hier Können wir uns auf jeden Fall noch verbessern So, wo müssen wir jetzt hin? In diese Katze da Das sieht aus, als ob das Roblox ist Oh, hier ist jetzt der richtige Hall Aber wahrscheinlich nur bei Hallo 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 Abwärts Oh mein Gott Ja, es geht abwärts Ab in die echte Welt Äh, die alte Welt Wieso haben sich die Texturen verändert? Jetzt ist alles gemalt Das ist die scary Welt Wartet mal, wir machen erstmal Wir sind ja hier für Spooktube Wer ist denn hier der Host? Stellt euch mal zusammen Björn Achso, wir sind beide der Host Hä, sind wir nur zu dritt? Hallo, wir sind die lustigen Dudes Ja Ja, wir sind nur zu dritt Ich denke, Bobby ist auch mit dabei Hartriff kommt später noch Nee, Hartriff kommt später noch dazu Hartriff, okay Ähm, so, dann macht mal Stellt euch mal auf, macht mal ne Mod Hört ihr mal auf Ja, okay, du kannst Professionell, bitte Ich bin der Beleuchter Einmal mit Profis arbeiten Wer ist denn jetzt wer? Ich bin der Blau Hallo, ich bin Pink Und ich lächle Gut, hier ist die Kamera Nicht in die Taschenlampe So Genau, ich leuchte dich dann Björn, mach mal jetzt ne Anmod Hallo, willkommen und hier bei SpookTube Wir gehen heute hier in die alte Welt Und wir werden heute viele, 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 viele Monster farmen und sehen Und, äh, let's go Ja, ich bin auch dabei, hallo Und der Kameramensch, der Eddy, der ist auch dabei Eddy, Eddy und Nikola sind auch dabei Hallo Du hast nen Akku, glaub ich auch, ne? Du musst da aufpassen Ja, ich hab, das war ja nur die Anmod Oh Gott, ich hab wieder ausgemacht jetzt Was machen wir, wenn Monster kommen? Wegklemmen oder angucken? So Ja, wir müssen ja irgendwelche gruseligen Sachen finden Achso, ja, verdammt Oh, guck mal, als ob jemand auf dem Boden gemalt hat mit Bleistift Voll schön Hallo, gruselige Menschen Aber wie soll man sich denn hier erschrecken? Das sieht ja bei der Grafik, das ist ja wirklich die Grafik das erschreckendste Ja, möchtest du vorgehen? Okay, Chat, er erschreckt sich nicht Sobald er die erschreckenden Clip davon machen Und, äh, dann ziehen wir die ganze Zeit damit auf Nikola, ich hab mich in meinem Leben noch nie erschreckt Das stimmt Ich glaub, soll das mal Lasse verspielen Oder Resident Evil Oder So, dann, so du, 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 neunmal kluger Naseweiß Dann geh mal hier die Treppe runter jetzt Ich filme Kommt ihr nicht mit? Doch, ich bin doch da Wo ist der Nikola? Da Ich hab dich gesehen, Nikola Wir hören, wir sind da, alles cool Äh, da hab ich was gehört Seht ihr das nicht? So Ja, wo gehen wir denn lang? Link oder rechts? Ja, weiß ich nicht Ich bin der Kameramann Ja, hinter der Was ist denn? Die Schnecke, die, die Saugtüchen werden leer Aber ich weiß auch nicht Okay Egal Was denn hier? Guck mal hier, ist ne Schiebetür Also ne Ich glaub, ich hab keine Speicherplatz mehr auf der Auf dem Hast du die ganze Zeit gefilmt? Naja, ich weiß ja nicht, wann was passiert Natürlich hab ich drauf gefilmt Achso Okay Ja, und jetzt Das ist ja aber auch Der Akku Ich hab extra auf den Akku geguckt Jetzt können wir gar nicht mehr filmen Was hast du denn? Ah! Was ist das? Das ist ne Schnecke Ah, der Akku lädt sich wieder auf Kann man auch kämpfen? Holy shit Also das sind wirklich gruselige Animationen Hast du Akku? Ich warte, ich filme das Wieso geht denn jetzt der Ah! Hilfe! 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 Ich werde Ich halt die Kamera drauf Während ich sterbe Ne, ich hab keinen Speicherplatz mehr Könnt ihr mir helfen? Guck mal Geiler Die Spinne kommt von da Da war die Spinne Nikola ist tot? Wo ist der Nikola? Hier Oh, ich kann nicht filmen, wie du gerade von einem Monster getötet wirst Hä? Was war denn das? Ein Mix Mixmann Mixermann rennt hier rum Mixermann rennt sich selber kaputt Und ich kann ihn nicht filmen Mixermann So ein Mixer Ey, jetzt nicht tot Seid ihr noch da? Hallo? Seid ihr noch? Ich hab keine Tasche Oh Gott, das ist eine Schnecke Seid ihr tot? Seid ihr noch da? Ich will die Kamera Ich will die Kamera 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 neben Kamera neben Oh nein Nein, Aua Oh die Kamera jetzt Come on, ey Ich muss hier lang Kein Sauerstoffen mehr Oh Gott Bin ich tot? Hey, na? Hey, na? Ja Wow, wir haben, ja Hey, null Dollar Das ist doch nett Okay Also Das hat komplett gar nichts gebracht Ich hab versucht die Kamera zu geholen, aber dann wurde ich getötet Aber was sind das hier? Das Problem Ich hab sie gespawnt und bei mir wurde die sofort von der Schnecke ausgeschlürft Das war's Ach, hier könnte man unsere Breaking News hin, wenn wir Also ich glaube, die sind das synchron Ja, Leute, das Problem ist einfach, dass der Akku leer war von der Kamera Ach nein, die Sachen sind jetzt weiterhin da unten Ja, da musst du Dinge kaufen, aber wir haben kein Geld Egal, wir gehen erstmal ins Bettchen und schlafen Ja, wir müssen das jetzt irgendwie wiederholen Ja, okay, aber die Kamera ist ja auch leer gewesen, also kein Speicherplatz mehr Ja, aber du hast ja ein bisschen was gefilmt, das stimmt Ein bisschen was hab ich gefilmt, das stimmt Ja Also ab ins Bettchen Ab ins Bettchen? Ach, geh ins Bett Oh ja Ab ins Bettchen müssen Stimmt Oh, geh ins Bett Vielleicht am nächsten Tag wieder die Kamera Was für ein merkwürdiges Spiel Was für ein merkwürdiges Spiel Ah, das ist ja ein Spettassikgrund, die Monster Ja, gut nach Gute Nacht Gute Nacht Habt ihr gesehen den Gabelmann, der noch kam? Das war der Mixermann, aber ich hab ne Schnecke Der Mixerweide Ich hab einen Mixmann Nur noch zwei Tage bis Buzz Betritt die Taucherglocke Wir müssen Content liefern Ja, sonst ist unser Leben nicht mehr Äh, ich kann mich nicht bewegen Ah, jetzt Schnell Wir müssen Submerchanten Ja, untertauchen Oh, jetzt ist die Kamera wieder da Kamera Ja Ja Da, Eddie Willst du noch mal einen Versuch der Kamera geben? Ja Dann willst du lieber vor der Kamera stehen Ich würd's nochmal probieren Das Problem ist Muss mal grad gucken Ja, das tickt halt sehr schnell runter Also man kann da nicht Ich würde sagen, wir schenken uns die an Mod Okay Ey, ist da noch ne Taschenlampe eigentlich? Gewesen Leute Taschenlampe Erzhaft? Hat einer von euch zwei Taschenlampen genommen? Ich hab hier nicht mal eine Alle drei Ich hab die Die liegen eben in die Hand Du hast zwei? Ne, ich hab eine Ich hab keine Ich hab keine Wir sind ja viel gespott Ich auch nicht Wir hatten drei genommen Und jetzt ist es nur eine Wir gehen los hier Ja Auf geht's Tür auf Schnell rein Kamera holen Und Taschenlampe Es ist eigentlich neu die Welt Ist das random generated? Oder sind wir nur an einem anderen Punkt? Sag mal, hier ist es auf der Abgang Letztes Mal hatten wir ihn gerade aus der Abgang Oder? Egal Sind wir runtergegangen? Ja, ne? Ja Also irgendwo am Anfang muss die Kamera liegen Ich hab die relativ, glaub ich, noch weit zurückgebracht Ich hab so Angst Ich hab so Angst Ne, das Dein komisches Ich versuche hier wenigstens ein bisschen gutes Material auch zu machen Was ist denn hier los? Ist da Laser Ja, aber hier war mit dem Kopf Wo seid ihr denn? Hä? Ah, hier Da Die kaputte Kamera hab ich Neben Ah Ah Okay, ich hab was Lass uns schnell rausgehen Ja Und zu Geld machen Ich hab noch 78% Wir können auch noch Einmal noch rein Wollen wir noch ein bisschen filmen? Einmal noch rein Da kommt's Kaputte Kamera Film mal, äh, leucht dich mal, leucht Das ist super Content Das ist super Content Die Spinne Die Spinne hat mich Schnell weg Schnell weg Schnell weg Wir haben super Content Wir sind reich Wenn wir das einrennen bei SpükTube Die werden uns belohnen mit Likes und Subs Aber ob ich da oben rechts Äh, oben jetzt hier noch Ja, geradeaus Und dann rechts Mach dir Das ist ein Tauchkapsel Kann Raubschiff Bestimmt Das ist wichtig Das ist Elementar Äh Ja Ja Guck dir gleich Ach Mist, das war dann das Auto vergessen Egal Ja, machen wir hier Machen wir hier Okay Ja, wir leben noch Warte, erwarte doch mal Drei Zwo Ja, wir sind dann überlebt Und wir zeigen euch jetzt Was wir erlebt haben Hier Film ab Ach nee, das ist auch Das ist die Up-Mod Die haben doch gerade gesehen Was passiert ist Ja, entschuldige mal Wir sind halt nicht Bis zur nächsten Folge Jesus Einmal mit So, könnt ihr abgeben hier? Ja, ich muss die doch abgeben Ja, wir haben noch eine gute Kamera Ich habe das reingelegt Wie denn? Hau einfach alles rein Mit G oder so? Schmeißen? Ne, mit Q Ach, die Q schmeißen Ah, da ist die Disc Und jetzt? Ich nehme das von gestern auch noch Jetzt in den Appspieler Können wir uns angucken Hier oder was? Good old Ja Oh Aufrufe 5 Yo, es ist Nicola What a grim looking building Ich habe die relativ, glaube ich, noch weit Kieler Kerl ist very loud 95 Aufrufe, 100 Aufrufe Etienne ist very articulate Kaputte Kamera Oh 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 mein Gott Klar, schnell Ah, jetzt ist nach rechts weg Komm her Wir müssen Content produzieren Nicola Opfer dich mal Ja, okay Alles für die Content Tausend Aufrufe, Leute Jetzt kommt die Spinne Ja, wo sind Ja, wir haben überlebt Und wir zeigen euch jetzt, was wir erlebt haben Hier, film mal ab Ach nee, das ist das Outro Es wird richtig gut Achso Ja, entschuldige mal Wir sind halt nicht Bis zur nächsten Folge Das war so schön Ich bin so stolz Ich mach mal die andere CD rein da Ja, wo ist die denn Warte Warte Achso Oh ja, das ist die kaputte Hit gewesen, ne? Ja So, wir haben schon 230 Dollar eingenommen Aber ich glaube, ey, du musst mich mal leiser machen Ich besteuere bei dir komplett Bei mir? Ja, im Film zumindest Drück mal Escape und mach mich da mal ein bisschen leiser Ich dich? Ich hör dich doch kaum Ja, aber war ich zumindest gerade eben sehr laut Okay, mach mal die zweite Disc jetzt rein Ja, hallo, willkommen und hier bei SpookTube Wir gehen heute hier in die alte Welt Und wir werden heute viele, 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 viele Monster farmen und sehen Und let's go Ja, ich bin auch dabei, hallo Und der Kameramensch, der Eddie, der ist auch dabei Eddie, Eddie und Nicola sind auch dabei Ja, die off-cam, Leute Cool, auf geht's Du hast einen Akku, glaube ich, auch, ne? Ich geh jetzt hier runter Ich hör irgendwas Das ist schon ganz cool gemacht eigentlich Kommt ihr nicht mit? Doch Den haben wir verloren Ich hör irgendein Geräusch Bei mir war bei Eddie genau da, der riesige Schnecke Hat Eddie gerade aufgefressen Aber bei ihm gegen mir nicht Ich hab das Gefühl, ich bin alleine hier Hallo Achso, achso, danke Ja, ich will doch alles, ne? Hinter euch seht ihr das nicht? So Ja Ja, wo gehen wir denn lang? Links oder rechts? Ja, in hinter der Kru... Was ist denn? Die Schnecke, die saugt irgendwie Eddie leer Ja, aber ich weiß auch nicht Tja Da war offensichtlich, äh Speichern Wichtiges Video So, aber wir haben schon 2000, fast von 3000 Aufrufen Was machen wir? Geben wir wieder rein? Taschenlappen kaufen Ich glaube, wir müssen uns neue Sachen kaufen Morgen Taschenlappen kaufen Und wir müssen, glaube ich, nur Rack drücken, wenn auch wirklich irgendwas Spannendes passiert Oh ja Die Katz, die für die Nachbar arbeiten Was machen wir jetzt? Schlafen? Der Shop ist geschlossen Hab jetzt Bett Achso, schlafen Wie er schlaft, ist auch geil Wie er schlaft jetzt Naja, egal Gut Aber das war doch eigentlich ganz cool Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht Dass man so belohnt wird Achtung, hat es gerade geklingelt? Ja, das ist der letzte Tag Oh nein, der letzte Tag Morgen klingeln Wir müssen jetzt noch 1,1 KM Fuse machen Sonst passieren Dinge Ja, easy Jetzt wissen wir ja, wie es geht Wir hatten ja auch noch locker Speicher Jetzt haben wir zwei Kamer Ne, doch nicht Aber keine Taschenlampen mehr Hä? Wo sind denn die? Oder habt ihr die noch in der Tasche? Ne, ich hab gar nichts mehr Warum sind die denn weg? Ach, guck mal Man kann jetzt hier fortschrittliche Taschenlampen Könnte ich... Haben wir alle gleich viel Geld? Oder... Ich hab 290 Wie viel hast du? 290 Ich auch, aber ist das ein Gemeinschaftspot? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich schon Ja Ja, wir tauchen uns das Geld Gadgets Klebegranate Reporter Mike Okay, wir hätten auch Hardriff, der dazu stoßen könnte Ich hol ihn mal dazu Reporter Mike Klappbrett Was soll das denn bringen? Naja, da kannst du zurück Weißt du Und eine Klappe Und Umarmung Was bringt Umarmung? Ich würde dich gerne umarmen Ja, aber Du hast das eigentlich Added to Cart Okay, alles klar Ne, okay Ich kann es wieder rausnehmen Aus dem Cart Wird doch, ne, mach Wenn wir uns umarmen können Bin ich dabei Vielleicht bringt das Klicks Aber vielleicht sollten wir Was Sinnvolles nehmen Ja, aber wenn es 100 kostet Dann wird es schon was bringen Was haben wir denn noch? Die Gesten Das bringt Wahrscheinlich bringt das alles Richtig klasse Guck mal hier Backflip Wenn du einen Backflip machst Vor der Kamera Bringt richtig Guck mal hier Du hast doch bestimmt Irgendwo so ein Selfie-Stick Oder sowas? Naja, aber ich kann ja hier Was ist denn Training-One? Musik Hier, Konfetti-Kanone Geil, die kaufe ich Ja, für 5 kann man nix machen Ja, wir haben übrigens Gemeinschaftskohle Ich habe jetzt auch 5 weniger Wir nehmen Wir können auch mal Die Konfetti-Kanone Wir können mal die geilen Ach, die kommt hier an Oh, geil Ja Ich kaufe jetzt hier Die geile Taschenlampe so Kann ich mir nur Eier benutzen Ja, das ist eigentlich Da kommt's an Ja Ist das jetzt eine oder mehrere? Eine Eine Nimm, Nikola Das ist jetzt eine Super-Taschenlampe Okay, hier ist die andere Wir haben noch Geld Wir könnten jetzt noch das Reporter Mike Wer kriegt das? Björn Oh Eine Tonangel Nice Oh, ne Klappe Ui So, Björn als Hauptmoderator Mit nem richtig guten Oh, nice Mikrofon Zeig mal was Hallo Willkommen hier bei Perfekt Lass es so sehen Was ist das? So, stell dich mal vor die Kapsel Ich nehm schon mal auf Ganz kurz Nein, du müsst das Ja, nur kurz Ich mein nur kurz Okay, sehr hilfreich Dass du die Kamera Flasht Spezialeffekte Die kommen gut an Ja Hallo Achso, ein Mod Wo ist mein Mikrofon? Ist da Schnell, ich laufe Herzlich willkommen hier bei SpookTube Wir gehen rein und Filmen Keine Monster Bis gleich Sehr gut Das war ne tolle Mod Zeig mal die Super-Lampe Boah, der ist doch stark Was für ein Kegel Alles anleuchten Alles anleuchten Alles was So, Nicola Du musst immer Das, was du anleuchtest Filme ich quasi, ne? Ah ja Äh, jetzt schon filmen Okay Dann Schau mir mal Ich versuch hier natürlich Alles so ein bisschen Mitzunehmen Ich hab nur noch 64 Vielleicht soll ich jetzt doch mal erstmal warten Ja, vielleicht Rein da Wir haben nicht viel Sauerstoff Haben wir auch noch Ja, wollen wir mal Nicht runter gehen Und mal irgendwie So links oder rechts gehen Kann man da links oder rechts gehen Ja, bestimmt Alter, mein fucking Herz Hinterher Stehgeblieben Kommt zurück Wir müssen hinterher Das ist gruselig Alter, geht der zur Kapsel? Ey, das ist zur Kapsel, du Das ist unsere Kapsel Du Er hat Messer in der Hand Süß, Messer in der Hand Sag was Ah, ja, ja Ah, ja, ja Ah, ja, ja Ich lasse nicht stehen Aua Alter Hilfe, Hilfe, Aua Nicola Nimm die Kamera Ich bin tot Nimm die Kamera Und das Mikrofon Das teure Raus 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 Film die Leichen Oh mein Gott, das ist so schäbig Und jetzt raus Bring es in Sicherheit Aha Aber da waren noch zwei Monster Bisschen, oder? Warum bin ich denn tot? Ich glaube Weil da noch so ein Riesenmonster kam Hinter dir Oh Gott, das Schneckenmann Oh Gott Ich kann mir auch gar nichts mehr machen hier Okay Jetzt bin ich mal gespannt Krankenhausrechnung 8 Dollar Das geht ja Ja cool Äh, wo ist Nicola? Ja, der wird wahrscheinlich irgendwo hier vorne sein Nicola? Hallo Hallo Hi, da bist du ja Wie man reich Wir haben so einen guten Film gemacht Echt? Zeig mal Hast du schon die CD? Ich bin so gespannt Nee, Sekunde Ey, das ist richtig schön bei diesem Spiel Dass man sich dann am Ende auf das Ergebnis so freut Geben wir uns die CD Oh, ich will auch mal Das diesmal ist es eine DVD So gut waren wir Oh, ich bin so gespannt Wir passen gar nicht auf die CD drauf Ich setz mich sogar hier hin Das Ende war so gut Spezialeffekte Die kommen gut an Wie so ein Found Footage-Tool Ich hab ein coolesartiges Outfit Das sag ich dir auch Ja, wo ist mein Mikrofon? Da Herzlich willkommen hier bei SpookTube Wir gehen rein und filmen Geile Monster Das gleich Dann They are so professional with that huge mic Geile Monster Oh, ja Oh, ja Ja, tausend Komm, hinterher Yes Komm zurück Das ist echt cool Messerland Süß Messerland Dachbar So, ey, ey, ey Und der hält mal her drauf Und der hält mal her drauf Alles in Tod Und so verlasse ich diesen Ort Alles in Tod Oh, so gut Stark Das reicht Guck mal SpookTube 16 Wir haben 3,5 von 3000 Wir haben es geschafft Ich finde, wir sollten einen Hardrift dazu holen Was denkt ihr? Jetzt Bett Ja Aber jetzt Bett Und dann holen wir einen Hardrift dazu Aber noch zu viel Angst hat Ein Klicker Da klingelt er schon Ja So, jetzt haben wir Alter, jetzt brauchen wir 39.000 Aufrufe Das ist aber mal ein Sprung Ja Das ist ja mal Ich kann leider nur einen Hardrift Nur einen Laden Wenn wir die Lobby-Kotze noch aufmachen Deswegen Bis gleich Aber ist jetzt unser Progress weg? Nee, ich glaub nicht Nee, ist gespeichert Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss nochmal neu hausten Ich muss euch nochmal neu einladen Das geht recht ganz fix Aber wie soll man denn auf 35.000 kommen? Ja, das ist alles kacke Wenn wir eben schon gestruggelt haben 3500 zu kriegen Das ist doch fast unmöglich Hallo, hallo Oh Gott Was passiert hier? Äh, äh Ist eine Wache an Wo ist denn der Hardrift? Hardrift, hallo Hallo Du bist Pick Warum bist du Pick? Du musst Hardrift haben wir nehmen Na, jetzt fehlt Björn Ich bin schon belegt Björn Ich muss den anderen mal ein So Ich bin gelb Sehr gut Ich bin gelb Haben wir alle lustige Bärte unter uns Ja, dann kannst du schon Ja, dann kannst du schon Ich hab dich zwei Weinen weiter Einmal Das ist ja auch so maximal dumm Hier Dieses Gesicht eintippen Aha So Oh, hübsch Oh ja, da steht ja Aha Eine große Brille Wunderschön Ich kann ja gar nicht Achso, ich kann es löschen Ja, du kannst es einfach selber eintippen Ja, ich will die Dächer haben Die Dächer sind die besten Die Dächer Wie nennt es das? Wie nennt es das? Die Arten von Symbolen Weiß, was das offiziell der Name ist Oh, Ted hat eine gute Idee Können wir auch Aski Smileys nehmen I doubt Doubt it Wo ist denn Björn? Da, er schickt den Ort fest Hallo Hallo, wir sind zu viert Wir sind so professionelle Streamer Wir machen jetzt 39.000 Klicks Ist mein Gesicht noch pink und mit dem Lächeln? Ja Oh ja Sehr gut Können wir Emotis angehen Okay Gang, let's go 35.000 Ne, 39.000 Aufrufe Das heißt, wir müssen jetzt draufhalten Wenn einer stirbt Ja, draufhalten Ich würde sogar sagen Wir müssen dafür sorgen, dass er einen stirbt Oh, das mach ich gerne Da sind wir Experten drin Wir haben aber ein bisschen Kohle Wir können für 300 Was können wir denn hier kaufen? Haben wir noch die Super-Taschenlampe? Ja, ne? Ne, die ist ungeblieben Genau wie mein Konfetti-Kanone Alles weg Ich glaube, wir müssen Gesten kaufen Ich sag's euch Ich kaufe jetzt Den 200-Dollar-Tanz Wir werden sehen, das wird sich lohnen Ich weiß zwar nicht, wie man den auslöst Der kommt jetzt Da kommt der Tanz Aber jetzt haben wir keine Taschenlampe mehr Ja, die liegt ja noch unten Jetzt haben wir nur Er kriegt jetzt die billigen Taschenlampen Ja, aber wo? Ja, hier, kaufe ich jetzt Achso, wir haben noch Geld, okay Klar Das ist ein Gooball Ja, du, warum guck mich keiner an, wie ich tanze Ist das ein Tanz? Ja, er tanzt voll schön Das musst du gleich unten machen, der Tanz Das ist ein 200-Dollar-Tanz Der muss gut sein, danke Das sind die Fortnite-Tänze da Da gucken die Leute hin Klebegranate, was soll denn das? Applaus, Applaus, Applaus Wir haben noch 50-Dollar Du hast 12-Dollar Haben wir die Konfetti-Kanone eigentlich? Hast du die benutzt? Nee, kaufe ich ein paar Nee, aber ich will nochmal haben, danke Das ist ein wichtiges Item Das ist ein sehr wichtiges Item Das finde ich gleich am Anfang Jetzt können wir keine Geste mehr kaufen Weil ihr zu viele Konfetti-Kanonen gekauft habt Ich habe eine Konfetti-Kanone gekauft Für 5 Dollar Ja, jetzt haben wir nur noch 5,40 Die günstigste Geste kostet 50 Achso Egal, so, wir gehen rein, los Jetzt müsst ihr aber auch richtig Geilen filmen Schließt die Tür Und abwärts Also irgendwer muss sich die Anmeld machen Ist das Mikrofon auch weg? Ja, alles weg Jesus Christ Das ganze Equipment Und? Ich hoffe, wir setzen es an den Tisch und machen Da, der Arm hat Das mögen die Leute Da, wo ist der Kameramann Kameramann, boah, ey Überwarten wir auf den Kameramann Ja, los Hallo Willkommen Yeah, willkommen zur Survival-Show Wir werden jetzt survivalen Mal gucken, wer stimmt Sehr gut Bis gleich Aufrein Wir brauchen den Tanz Wir brauchen den Tanz Der Tanz Warte, eins, zwei, drei Tanz Ja, uh Ja Dollar wert Mindestens Sehr schön Wann, wie wir uns für Ausgaben für unsere Community, ey Ja, ey Hallo, ihr war da Ich möchte was bestellen Guck mal, hier gibt's was Kuck mal, hier gibt's was Kuck mal, hier gibt's was Kuck mal, hier ist hin Kuck mal, hier ist hin Guck mal, es gibt doch Haxe und Gläser aus Papier Was wollt ihr? Ich geb heute einen aus Martini hätte ich gern Martini, oh, der ist wieder da Oh, oh, da kommt was, da kommt was Oh, ne Spinne Du müsst ja aufpassen Die schmeißt Netze Beleuchtet sie, wir brauchen sie Auf Kamera Leute, ihr müsst mal ein bisschen An, an den Film denken So, wir gehen jetzt hier weiter, Leute Okay Kommt mit Oh, doch, ne Bar Wenn ihr nicht drauf leuchtet, kann ich's nicht filmen Jetzt gehe ich da runter Chat, ah, da, necke Hilfe Schnecke, Schnecke, Schnecke Halt drauf Content, Content 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 Ja Stirb Hilfe, Hilfe Der Kameramann Rettet den Kameramann So, komm Wir brauchen noch mehr als die Schnecke Die Schnecke ist late Ich bin irgendwas Was ist mit mir? Ich bin irgendwo Der hat mich an die Decke gezogen Die Kamera ist weg Hört ihr mich noch? Jesus Was ist jetzt hier? Warum kann ich hier nix machen? Ihr müsst mich retten Ich häng hier an der Decke Irgendwie Ist das ein Bug? Ich kann nichts machen Ich bin an der Decke Hallo, hier Über euch wahrscheinlich Oder so Ich häng hier an der Decke Aber ich lebe noch Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was passiert? Leute Ich werde glaube ich Geschliffen Getragen Gezogen Irgendwas Ich lebe Wo seid ihr denn? Jesus Christ Wo bin ich? Und wo ist meine Kamera? Ich bin In dem Labyrinth Ich bin irgendwo Wo seid ihr? Ich bin irgendwo Das hilft nicht Und ich hab Einen Brustkorb Ein Tod Ihr auch Jetzt ist alles dunkel Och ne Und wo sind die anderen beiden? Und wo ist die Kamera? Plötzlich war einfach die Ich sah die Spinne Hallo Na Die Kamera hab ich Warum lacht ihr so dreckig? Wir haben ein großer Dekontent Lass uns das anschauen Ihr seid ja so dreckig Wieso seid ihr denn schon hier? Und warum habt ihr die Kamera? Du hast mich fallen lassen Du warst nicht da Ich hab dich gesucht Ich war nicht da Mich hat eine Spinne In seinen Kokon Äh Details Wie machen wir es? Cool Details Details Ja Ich bin sehr gespannt Auf das Endergebnis Dann werdet ihr mal sehen Was ich durchgemacht habe Ich hab ein Ich hab mich halt so ein Schleim Es ist großartig Das mögen die Leute Ich bin so gespannt Was der Tanz gibt Kameramann Kameramann Boah ey Kameramann Immer warten auf den Kameramann Hallo Willkommen Yeah Willkommen zur Survival Show Wir werden 1000 Views Easy Ja Keiner schreibt was Ja Dollar wert Mindestens Ich schreib gleich was Sehr schön Der Tanz hat gar nichts gebracht Ich hab die Kamera Ich hab die Kamera Aha Oh hinter mich Der Mentor hat ein bisschen verkauft Aber ey Ich bin tot Und halten wir auf die Kamera Hi Leute Ja wir haben jetzt zwei Leute Verloren Ich würde glaube ich sagen Wir gehen mal Oder? Das ist ein Skandal Sehr gut Tschüss Ihr habt uns einfach zurückgelassen Ich hab euch gesucht Ihr wart mir quer Ihr habt uns doch nicht gesucht 7600 Also ich glaube Das ist großartig Kaum hinterhaben Aber die Kamera Das ist richtig gemacht Jetzt nimmt mal Ja dann kann Hardref jetzt weitermachen Mit der Kamera Okay Also wir müssen schlafen Wir müssen schlafen Achso ja Ey aber 7 7,6 tausend Klicks Das reicht nicht Das sag ich dir jedes Mal Ich habe drei Tage Zeit Das ist Damit kommen wir nicht weit Nächster Schritt ausziehen Auf geht's Ich nehme mal die Kamera jetzt Dann ist das sehr gruselig Björn nimmt die Kamera jetzt Ich glaube Eddie Du kannst mich ein bisschen leiser machen Ich glaube ich Schrei mich nicht an bitte Zu spät Mach leiser jetzt Das Mikrofon liegt dir auch Ach da liegen alle hier Hallo Guck mal das Mikrofon Und ich habe noch eine Taschenlampe vor euch Ich habe sogar zwei Taschenlampe vor euch So wir können hier Sachen kaufen Was? Eine Taschenlampe Und hier ist noch eine Taschenlampe Ja ich brauche eine Taschenlampe Äh Eddie Halt da liegt da was am Boden Nimmst Klick ist Rack oder was? Ja Aber achte oben drauf auf dein Ding Nee 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 Unten erst Unten erst Achso Oh Hardref ist jetzt der Oh Interview Hallo Ja ich finde Ja es ist ja schön hier zu sein Ich lebe hier und Diesen Kran habe ich gebaut Ja und diese Kamera Ich habe eine Ja ich weiß Mit Mausrad auch Oh Taschenlampe noch Dann nehme ich die Was ist das denn? Was hat er jetzt geholt? Radio Ja ein Radio Und was ist das? How to care is Ach nee Keine Großartig Ich nehme mich auch mit Boah ich kann Selfie-Moses machen Geil Wie geil jetzt haben wir Jetzt kann ich das ganze musikalisch unterstützen Wo echt? Hey Wuuu Oh yeah Oh Geil Guck mal das kann ich immer wenn Björn seine komischen Witze macht Wo ist denn das? Wo ist denn unser Björn? Der Fehler macht Ja ich denke es in Porno Tschüss Ich drehe Kommt wieder zurück? Hier liegt es hier unter hier Tür zu Tür zu Nein Oh Gott Oh Gott Und hier sind die Nachrichten Stark Ich habe meinen Job gefunden Oh Gott Besser geht's nicht mehr Wollen bei er denn? ÄH? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ja Wo ist denn das? Oh Gott ÄH Abwecken Also an den Worte oder was? Warte, 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 hat jetzt mehr die Kamera? Weil Björn ist gerade runtergefallen. Wie, Björn ist runtergefallen? Der ist runtergefallen. Das kann doch nicht sein, der kann doch nicht schon runtergefallen sein. Unser Kameramann hat keine zwei Sekunden überlebt. Nein. Ja, dann können wir direkt wieder hoch, oder? Das war ein gutes Abenteuer, Jungs. Jesus Christ. Du hattest einen Job. Feinlich. Feinlich. Das tut mir so leicht. Unfassbar. Alter. Jetzt müssen wir den Tag verloren, ne? Ja, David's Bett. Ja. Jesus Christ. Björn. Shame. Shame. Okay. Aber das Positive ist, meine Quantenausrechnung ist 0 Dollar. Ja, 0 Dollar. Good job. Ja, noch 5 Dollar übrig. Von daher, hier ist da die Tannenlampe. Den, was du brauchen. Wenn du wohin gehen musst. Okay, aber ich bin. Ah, Björn. Da bin ich. Das sah so lustig aus, wie der Rückwärtsgegangen ist. Ey, das mache ich jetzt immer, wenn ich irgendwo ankomme. Da bin ich. Es wird generell Bayern, die auf OBS im Thumbot legen. Ja, sowas hätte ich so gerne, ey. So 20 Knippels. Stefan Rapp, Thumbot. Also wenn du holst, gebe ich nochmal die Kamera an? Oder? Na, ich weiß ja nicht. So Leute, aufstehen. Welche Chance würde ich dir noch geben? Eine, eine. Wicke, wicke, wicke. Hier, wicke, wicke. Aufgehe. Stop it. Hier, wenn... Hier, das... Das ist so ein bisschen... Ey, seid ihr doof? Ey, was so... Nico, da bist du... Finde ich auch. Haben wir gelacht. Ich drück mal auf. So, möchtet jetzt irgendjemand ne Show für YouTube machen? Ja. Ja, Vorsicht, rechts sind Abgründe. Einfach vielleicht die Treppe runtergehen. So. Anmod? Warte, warte, warte. Ich mach die richtige Musik. Achtung. Drei, zwei, eins. Willkommen zurück bei Spooktube. Heute kein Bono, sondern wir erkunden diese Gefilde auf der Suche nach Monstern. Let's go. Echt die Mucke, ey. Nach wie vor leider kein Monster zu sehen. Oh, komm her, an der Kasse. Fängerotten. What the fuck? Ach, dich. Und jetzt zurück zu den Nachrichten. Wir gegen Abbahn, Etienne Gardin. Ja, äh, ich glaub, wegen meinem Mikrofon bringt das nichts, wenn ich spreche. Das wird, glaub ich, nicht aufgenommen. Ach so. So, filmt der Kameramann. Nein, der filmt nicht nur, wenn Monster kommen. Wo ist denn Nicola schon hier? Einmal auch ein bisschen Atmosphäre. Ach so, warte mal. Einmal nochmal ganz kurz. Hier, hier. Rade. Jetzt. Und drei, zwei, eins. Go. Wir sind zurück bei Spooktube. Leider haben wir Nicola verloren. Wir wissen nicht, wo wir sind. Monster haben wir immer auch keine gesehen. Stopp. Wir haben Nicola verloren. Was ist Nicola? Ja, dann muss der ja in der anderen Richtung sein. Komm, wir gehen mal suchen. Manchmal kann man ja auch Leute befreien. Ah, hier ist ein Skelett. Wir haben Nicola verloren. Hä? Wo sind wir denn hergekommen? Warte mal. Ich habe ein RIP-Cage. Warte, warte. Mach nochmal, mach nochmal. Aufnahmen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Drei. Wo ist die Taschenlampe? Drei. Ach so. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Go. Schaut her Leute, was ich gefunden habe. Ein Knochengrippe. Das lag hier in der Ecke rum. Vielleicht findet man noch mehr. Ah, warte. Oh, Nicola kommt. Stopp. Wirklich? Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört irgendwo. Da. Kommst du denn her? Warte, warte. Film nochmal, film nochmal, film nochmal. Ich war ein Scout-Team. Nicola, Nicola, Nicola. Wo waren Sie? Was sagen Sie? Ich war weg. Ich bin sehr großartig. Ah, ich habe nicht mehr mit dem Akku. Okay, weiter geht's. Wir müssen noch den Akku aufheben für die Monster. Was, A? Wo? Wo, B? Wo eigentlich, C? Oh, wir sind einmal im Kreis gegangen. Geiler Content, zurück. Da geht's nicht weiter. Sehr gut. Hier geht's weiter. Oh, ich höre was. Monstriges. Hallo. Boah. Ah, Treff, ey. Wow. Die ist auch alles leer. Mann, wo ist hinten hier die Leute? Wann da. Monster. Monster, Monster, Monster. Ei, 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 au. Das ist der Lockruf. Hier geht's runter, Leute. Oh, ja. Ja, nach unten. Ins Ungewiss. Monster. Film das mit der Musik. Oh. Ist das hier? Oh, Mensch. Schade, wir haben ein Schade. Oh, krasse Businen. Hier haben die einen. Filmst du, filmst du? Ein Exemplar. Den Mixer-Menschen. Jörn, den Mixer-Film. Und die Explosion. Hilfe, Hilfe. Du Scheiße. Jörn, den Mixer-Film. Ich bin tot. Nimm die Kamera. Nimm die Kamera. Liebt die noch alle? Nein, nein. Nur noch Nikola lebt. Nikola. Du musst die Kamera. Ohne die Kamera sind wir Game Over. Ihr müsst die Kamera nehmen. Die Kamera, Leute. Haus kommt doch in der App. Kamera. Runter. Zur Kamera. Nimm die Kamera mit. Nimm erstmal einen Kreis laufen. Nur ein bisschen gegnern. Oh, da kriege ich Kreislaufprobleme. Ich höre lustige Sachen in meinem Kopf, die von Eddie kommt, die er tot ist. Das ist ja lustig. Geht weg. Mach die Dachstabbaus. Ihr müsst die Kamera nehmen. Steigt da jetzt die Kamera. Bitte die Kamera nehmen. Hier ist ja gut. Hier spricht der Geist von Edel. Die Kamera. Oh, die Kamera. Nein, nein. Hier spricht der Geist von Edel. Nein. Habe ich nicht mal gesehen. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Nein, er ist drauf. Die Kamera liegt in der Ecke. Nein, in der Ecke. Nein. 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 Ich hätte so gern das noch gesehen. The rest of your life was mit. Ich wollte noch mal live. Ach, zum Glück. Ich dachte, ich wäre ein YouTuber. Ja, toll geil. Alles wieder von vorne. Wollt ihr nochmal? Ja. Ich habe so gute Aufnahmen gemacht, ne? Das kann jetzt jeder behaupten, Björn. Also. So, ich mag Kameramann leider bisher. Ich schneide das leider zusammen. Jetzt bin ich mal Kameramensch. Ich überlebe ja immer die ganze Zeit. Von daher. Haben wir auch Geld? Uh. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Auf geht's. Warte mal. Wo sind denn die? Hier ist eine Flashlight. Hier, ne? Veranda. Ja, die treten wir uns auf, oder? Verletzt es mal. Physik ist ja schon ein bisschen fragwürdig hier in diesem Spiel. Rackdoll. Wie, macht Björn schon wieder Kamera? Ich mach Kamera. Ich dachte, was soll das überhaupt heißen? Na ja, einmal bist du gestorben. Ne, du bist jedes Mal gestorben. Ich finde, damit bist du disqualifiziert als Kameramann. Der Kameramann muss, der Kameramann muss überleben. Das ist das Wichtigste. Also hab ich gute Fahrzeuge dafür. Ich überlebe immer. So, ich mach jetzt ne Anmod. Hallo Leute. Achso, ja. So, ne, ich mach jetzt die Anmod. Hier, hier, hier. Wo ist der Kameramann? Hallo. Bist du ready? Drei. Warte, ich zoome nochmal. Ja. Zell, wunder. Hey, Leute. Ich bin's wieder. Euer Shrek-Ede. Oder auch kurz, Schrede. Heute sind wir in einem verlassenen Gebäude. 200.000 Meter unter der Erde. Es wird richtig krass. Kommt mit! Ja, stark. Das wird ein Laufen nochmal. Das war mal ein krass. Ja, das... Der Zweitekt nochmal, wie Eddie nochmal von Empfennung aufs... Okay, hier nochmal kurz. Lass mich nochmal kurz was sagen. Kameramann. Ja, gut. Umdrehen, 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 umdrehen. Da. Ja, 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 lauf auf und zu. Okay, Leute. In diesem Gebäude sind vor 100.000 Jahren Dinosaurier wieder zum Leben erweckt worden. Wir wollen der Sache... Nein, noch nicht ausmachen! Kannst du dich mit einem Satz ausmachen? Ich bin der Moderator. Kannst du dich mit einem Satz einfach die Kamera ausmachen? Wir haben ein Problem. Du wirst dich aufgeteilt angehen. Ja, okay, komm. Wir hören dich die ganze Zeit. Wie du beißt vielleicht. Wir nehmen nichts von dir auf. Egal. Oh! Was denn? Hä, wo kommst du denn her? Nicht mehr untergehen. Wir haben das, was wir untergehen. Eddie kann man nicht untergehen lassen. Das hat nichts für dir zu tun, Eddie. Ich bin es nicht persönlich. Hartrück, du bist es dann noch mal da. Hier liegt was. Ich habe einen Knochen. Oh, gut. Ein Knochen. Willst du das filmen? Ja, hab ich schon. Richtig, richtig. Du hast richtig... Oh, es ist wegschmissen. Ich weiß nicht, Brotkopf. Sollen wir nicht mitnehmen? Ich weiß nicht. Das hier ist alte Dinosaurier-Technologie. Alte Dinosaurier-Technologie. Ja. Was viele nicht wissen, der Triceratops hat auch das Zahnrad erfunden. Statt. Haben die hier aus sich selber übergemacht? Ach, ja. Es war der alte Dinosaurier. Wo ist Eddie? Ach, da. Blablabla. Ah, Mann. Mein Taschenland ist leer. Weißt du noch, wo es herkommt? Wo wir wieder zurückgehen? Der Weg und so? Habt ihr noch in den Kopf? Cool. Hier geht's runter, Leute. Ich fär mich nicht. Okay, wir gehen runter. Der nicht nur an der Sack, was angeht. Hier ist nix. Wir sagen gar nichts. Warte. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Hier hinten. Da durch. Hier geht's wieder hoch. Sind wir uns sicher, dass wir wieder zurückkommen? Nein. Kommt hier jetzt auch mal was? Gruseliger. Okay, wir finden die wieder nach Hause. Richtig? Das ist in Ordnung. Hier rechts hoch. Genau. Hier liegt wieder was. Da liegt wer's. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ein Teddybär. Warte. Ich hör was, ich hör was. Oh, ich bin tot. Oh, oh, da ist ne Spinne. Du musst die Kamera draufhalten. Ja. Ich hab... Ich hab ne Kamera draufhalten. Was ist das, Alter? Wo ist die Spinne? Müssen wir hier weg? Kamera. Zieh halt. Aua. Geht's los. Ich will nicht sterben. Oh, wo sind? Der Partner ist nicht mehr da. Ich dachte, der... Dann kann ich seine Taschenlampe haben. Ja. Aber ich glaub, sie ist leer. Oh. Warte, wo bist du? Egal. Ich bin für gehen. Ja. Ab zum... Äh. Ah, wo ist das denn? Geradeaus. Achtung, da ist was. Egal. Laufen, 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 laufen. Einfach laufen. Hier ist Licht. Tage. Äh, hier ist Alberschasse. Ey. Oder? Ja. Hier lang. Warum, es kommt hinter uns her? Ja, natürlich. Frech. Was denkt man sich dabei? Ich weiß nicht, wo es hochgeht. Ja, hier ist immer... Das ist irgendwie ein Kreis, oder? Egal. Bei deinem Kreis. Ich würde sagen, ein Viereck. Ja, okay. Was war das? Was war das? Leute, wir müssen hier irgendwie raus. Hier geht's weiter. Glaube ich. Hier ist eine Tür. Ja, da rein. Äh, da raus. Oh, hier macht's hier der Geräte. Das war Stamina aufladen. Meine Taschenlapp ist leer. Meine auch. Das ist schlecht. Oh, das sieht doch hübsch aus. Ja. Oh, Ellie-Mail. Ach, diese Tupine, da waren wir schon mal. Ja, ja, hier. Ich hatte das mit 30%. Hier, geradeaus, oder? Da oben. Ich hab keine Ahnung. Auf geht's. Wir committen uns zu einem Weg. Jetzt rechts, jetzt rechts. Äh. Doch, doch. Hier hoch. Vielleicht, doch. Hier hoch. Hier hoch. Ja, genau. Wir haben es gleich geschafft, glaube ich. Bitte lass es das Ende sein. Hast du noch Akku? Äh, hast du noch Speicher? Ja. 30-15. Dann filmen. Film, filmen. Okay. Ich glaube, wir müssen noch eine Abmode machen. Wartet, 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 wartet. Ich höre Hartref was fragen. Was will er von uns? Hartref! Hartref lebt! Das ist Hartref! Hartref! Wir haben mich im Stich gelassen, die kleinen Haarschrecken. Wir dachten, du bist tot. Das war ein ehrlicher Mistik. Aber schön, was du da mitgenommen hast. Ja, das ist mein Anal-Diodo. Das nehmen wir mit. Komm. Achtung, da ist was. Nein, da ist was. Wir müssen zusammenbleiben. Schnell in die Kapsel. Film es, film es. Da ist es. Oh, oh, es kommt auf mich zu. Oh, es ist eine Spinne. Oh, 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 oh. Schnell, schnell. Schnell rein. Schnell, rin, 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 rin. Ich schau keine Ahnung. Nein, ach, ich schau keine Ahnung. Ich schau keine Ahnung. Oh, ich schau keine Ahnung. Guck mal, die haben die Spinnenweben, haben wir noch mitgenommen. Äh, äh, hey, die alles okay mit dir? Oh, ne Abmode. Stark, Leute. Das ist ja wohl der Sieg. Anmode, Abmode. Ach, großartig. Wo ist die Abmode? Wenn das nicht eine Million Dollar sind, weiß ich auch nicht. Abmode, haben wir eine Abmode? Naja, Abmode. Naja. Na gut. Aber ehrlich gesagt haben so, ähm, Found-Footage-Filme haben nie eine Abmode. Das stimmt. Ja, aber wir machen, ja, aber, äh. Oh, zau der Blan. Das ist ja eigentlich nur authentisch, dass es keine Abmode gibt. Äh. Offenes Ende, man weiß nicht, ob wir es überlebt haben. Hallo? Hallo? Abmode, genau. Abmode. Ist ein langer Film, oder was? Ja, voll, äh, 100%. Oh, da ist es. Oh, meine, ich hab meine, äh, äh. Ich geliebte 1.700. Alter? Ja. Steck die CD in den Fernseher rein. Achso, ja. Die Anmod. Eddie hört man nicht, danke. Oh nein, mein Mikrofon ist ja nicht in-game angeschlossen. Ja, genau. Deswegen hab ich abgebaut. Aber es war eine gute Anmod. Und die auch. Lol. Oh. Ich hab'n Knochen. Oh, kuselig. Oh, stark. Ein Knochen. Ein Knochen. Guck mal, die Knochen geben auch Punkte. Alles gibt's. Oh, verwirrt. Alter, die... Haben die. Oh, Kopfmann. Das ist echt so ein Jump-Cut. Wir haben's gleich geschafft, glaub ich. Bitte lass es das Ende sein. Wie, das war's? Nikola, willst du mich verarschen? Nein, nein. Da fehlt eine halbe Stunde Footage. Das ist halt der schlechteste Kameramann, den ich hier gelassen habe. Ich hab' mich im Stich gelassen, den kleinen Arschgegen. Ich war so gruselig. Das war's ne Wirbelsau... Dort vorne. Unsere Rettung. Nein, da ist was. Ja, geht es. Aus der Spinne. Oh, aber gutes Ende. Gutes Ende. Gut, das war doch nicht schlecht für den Anfang. 1,3. Ja, doch. Also, ich sollte Kameramann sein, weil ich kann ja als Einziger nicht sprechen. Soll es auf jeden Fall. Das macht ja gar keine Ahnung. Das hat ja also nicht so gut geklappt. Naja, also würde ich nicht sagen, wir haben, wir haben schon richtig gute Sachen, Nabi, also. Das und ich möchte mal betonen, wer denn rückwärts in die Stufe gefallen ist, also. Danke, Harald. Das war mein erstes Mal, äh, hier, Kameramann. So, bitte schlafen. Unfair, Harald. Unfair, unfair. Ich muss, nein, ich muss fair bleiben. Unfair. Wir müssen noch mal ins Bettchen. Wir waren noch grad im Bett. Nee, noch nicht alle. Oh, kurze Bett. Achso. Mann, oh Mann, ey. Schlafen würde gern sein. Aber der Knochen war schon sehr gut. Der andere war auch vor Ort. Ich korrigiere. Der Karl Gewitter hat das in den Chat sehr schön zusammengefasst. Nix, ein Knochen, Jurassic Park. Gruselig, bitte lass es, ist das Ende sein. Hardref, wo bist du im Stich gelassen? Ah, ne Spinne. Das könnte so aufs DVD-Kamera rauf. Was ist der Titel? So, warte mal. Habt ihr Taschenlampen? Wir haben auch noch Geld. Zweifelkamera rauf. Mann, was können wir denn kaufen? Hier ist ne Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Nee, wir haben eine. Ich glaube, wie wär's mit der Konfetti-Kanone? Ich hab doch keine. Wo ist denn eine Taschenlampe? Was gibt's denn noch für Gesten? Ah, danke. Sorry. Hast du jetzt echt das ganze Geh... Hast du echt... Nee, wir haben noch viele. Was ist denn hier eigentlich? Ich bin hier. Hast du gerade ne Anmode ohne uns gemacht? Nee, nee. Warte mal. Hast du uns holen? So. Auf geht's. Wir werden schlagen von der Drohne. So, ich bin jetzt... Check 1. Hallo. Hier, läuft schon. Achso, das ist ne Klappe. Oh Gott, wie hat die gekostet? Äh, nichts. So. So, wir klappen jetzt. Take 1. Warte, warte. Achso. Wo ist das Kamera? Da. So, 3. Warte, warte, warte. Zoom auf mein Dingels. Zoom auf mein Dingels. Los. Take 1. Hallo. Willkommen bei uns im vollen neuen Film. Los geht. Los geht's. Sehr gut. Hey, hey, hey. Füllt sich das Ding nochmal auf? Wir müssen übrigens nicht immer in die Fabrik rein. Wir können auch mal hier nach. Links oder so. Was stimmt, ja? Äh, ist da was? Oh. Monster, wir brauchen euch. Ich untermade das mit, äh, täuschen. Mach mal. Mach mal. Wollen wir runtergehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Ist ein ja, oder? Juhu. Fallschaden gibt's nicht. Ich nicht. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Okay. Monster. 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 Wie du die ganze Zeit mit der Klappe da rumläufst. Oh. Oh. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Was? Ist jetzt die Kamera hier, oder? Oh. Ewig getot? Nee. Ich rette ihn gerade. Schnell, los ist. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Kein Thema. Äh, man musste einfach nur... Kamera hängt. Ich hänge mit meiner Hand an der Kamera und die Kamera hängt an dem Ding. Seht ihr das? Drück zwei. Wechsel auf die, wechsel auf die, äh, ringend. Kollision. Warte mal, das filmen wir natürlich. Oh. Das hat's gefallen. Track zwei. Äh, darfst ne Schnecke? Darfst ne Schnecke? Oh, wo ist ne Schnecke? Hallo. Moin. Schneckenmann. Moin. Warte, warte, Eddie. Äh. Ja? Drei, zwei, eins. Content. Okay. Ich track zwei. Schneckenmann. Schneckenmann. Okay, sehr gut. Ich hab noch 13%. Jetzt muss was geiles passieren. Kann einer seinen Kopf hier in dieses Ding halten? Ja, was? Eddie, Eddie, ich hab hier noch was. Warte. Ja, ich brauch Licht. Wo denn? Ja, auf, 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 auf den, nee, hier, ja, auf das Ding auf meiner Hand, in das Ding in meiner Hand. Ja, ja. Okay. Jawoll. Schneckenmann, schmeckenmann, schmeckenmann. Oh, hier ist wieder was. Filmes, äh, mein ich beleuchtet. Oh, what the fuck. Ich bin tot. Nimm die Kamera, die Kamera, die Kamera. Ich bin tot. Die Kamera. Ja, ich bin tot. Äh, nope. Kameran raus. Komm raus. Komm raus. Alles zu frech. Hast du die Kamera? Nee, die liegt doch da doch. Nee, dann nimm sie doch. Nee, nee, ich hab jetzt auch noch mehr. Ich tue's kurz wegrennen, damit er... Ja, die liegt doch da, sagt er. Ja, die ist hier. Dass die da liegt, ist mir auch klar. Jetzt lauf. Jetzt zurück. Ja, wo geht's nochmal? Jesus. Nikola, wir sind zwei Meter nur gegangen. Okay, dann sag mir mal so gut. Da nicht. Okay. Nein. Wo denn? Zurück. Weiter. Weiter zurück, wo hast du jetzt? Digga. Nein, die haben wir nicht. So. Links. Bist du mir im Kreis? Ach, das war schon mal, Mann? Ja, ja. Der läuft die ganze Zeit hier im Kreis. Der hört doch nicht. Nee, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da, durch die Tür. Du musst dir das Tor. Durch das Tor. Durch das Tor. Jesus Christ. Nikola, durch die Tür. Hört er mich nicht? Doch. Ich, ich. So, jetzt rechts. Sag dir mal rechts. Ja. Ja, ich bin tot. Da rechts durch die Tür. Links. Links durch die Tür. Ja. Jesus, Mann. Okay, und jetzt? Jesus. Sieht alles gleich aus. Oh. Ich. Ja, ja, ja. Ist okay. Im Moment ist falsch, oder? Nein. Oh, nein. Was, wie coolant. Was zum Teufel ist das? Erlebt doch, erlebt doch, oder? Nein. Oh, fett. Ach, Eddie. Eddie weiß es nicht und schickt mich in die Institution der Abend. Hörst du mich oder nicht? Ah, ja, natürlich höre ich dich. Ja, warum sagst du dann nix? Aber ich... Aber ich... Aber ich... Wo ist der Ausgang? Jesus. Wir sind uns eigentlich... Ich hab dir jetzt 20 Mal gefragt, ob du dich hörst. Du bist einfach nicht drauf eingegangen. Wir müssen die Kamera retten. Mann, ey. Sind wir alle bei dem Bomben-Ding gestorben? Ja, aber es ist aber auch ein bisschen dumm, dass da so ein Ding explodiert. Ganz ehrlich. Komm, wir gehen direkt runter und holen die Kamera. Ja. Aber... Okay. Aber wir müssen uns... Ohne Kamera gehe ich nicht ins Bett. Oh, geht nicht. Wird aufgeladen. Scheiße. Jetzt? Nee. Ja, aber ich... Scheiße. So eine Scheiße, ey. Ich hab so geile Sachen gefilmt. Hallo. Hm. Das ist ja ein Mist. Ich finde, man stirbt zu leicht in dem Spiel. Also reicht ja irgendwie so ein vager Kontakt. Wer liegt denn da im Bett? Ja, ich. Nikola. Wow. Das ist schon fast. Braucht es einen Tag. Ja, wir können ja uns Items kaufen, die uns länger leben lassen. Heute ist der letzte Tag. Der letzte Tag. Oh Gott, für 3.000 Klicks. 1,7K brauchen wir. Aber kriegen wir die Kamera wieder, die da unten liegt mit dem Film? Ja, ja, die ist noch da. Ja doch, die haben wir letztens auch wieder bekommen. Also auf geht's. Nee, die nehmen wir die neue Kamera. Nee. Ja. Auf geht's. Schnell. Was? Ja, wir haben keine Taschenlampen mehr. Warte. Wir brauchen keine Taschenlampen. Machst du nur eine, Mut? Nee, 2. Okay, wir machen 2 Gruppen. Ich und Björn und ein Team in den Tartreff. Äh, er hat den Tartreff, okay? Ja, das ist nicht der, der irgendwie was reißt. Ich hab's noch gehört, Björn. Du freckst es auch. Nein, du hast es nicht. Der hat sich im Selfie-Modus gesagt, ich bin der Einzige, der hier was reißt. Du Sack. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unglaublich. Okay, wir teilen es trotzdem auf. Äh, Eddie und Björn und, äh, hat er für dich. So, jetzt zahle ich sie auch. Das ist unfassbar. So, jetzt holt meine Kamera. Okay, auf geht's. So, links, links. Wir sind auch links runtergegangen. Erinnert ihr euch denn nicht? Ja, aber die Welt ist, glaube ich, nicht mehr anders. Nee, das Haus ist immer da vorne. Ja, aber hier... Wir kommen immer nur woanders raus. Du bist rot, Eddie, ne? Was bin ich? Ja, ich bin rot. Äh, irgendwo ging's hier doch runter. Wie soll man denn sonst die Kamera... Hier geht's auch runter. Ach, du Scheiße. Aber es sieht anders aus, ist es nicht, dass wir... Ja, wir gehen jetzt hier runter. Aber wie sollen wir denn dann die Kamera finden? Wenn es random generated ist. Wir teilen es jetzt auf. Ich will jetzt immer richtig machen Horrorfilmen und spielen. Harte, wo willst du? Oh. Ich hoffe nicht, wie man hier... Oh, Totenkopf! Leute, ich bin tot. Die Kamera ist weg. Ich glaube, wir haben die Kamera verloren. Das war noch klar. Ich will hier was finden, wenn das alles random ist. Das raffe ich nicht. Es sieht ja auch alles gleich aus. Du hast kein Kompass, nix. Ja, ey. Nee, Schnecken, Mann. Snail-Boy. Geh weg. Jetzt habe ich kein Akku mehr. Oh, da kommt was hoch, glaube ich. Er stapft hier sehr laut. Hier sind überall Türen. Ist Hardref auch schon tot? Hier, das sieht gut aus. Das kommt mir krank vor. Da ist doch... Hier liegt was... Nee, hier liegt ein Skelett. Wo war das denn? Mit der Kamera. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Das war irgendwo, wo vier Lichter waren. Aber das war's. Hier bist du lang. Dann haben wir gesagt, links, links, links in die Tür. Aber hier ist gar keine Tür. Hä? Das ist random generated, kann das sein? Ich hab sie, ich hab sie. Du hast sie? Ja, aber ich bin ganz woanders als ihr. Ja, dann treffen wir uns bei der Kapsel. Oder war das die von Björn? Bei der ist er auch schon tot. Oder hast du jetzt die Kamera von Björn? Das könnte sein. Die zweite. Die müssen die Kamera noch safen. Ist die kaputt oder ist die ganz? Welche hast du denn jetzt, Hardref? Ich bin da runtergegangen, wo wir... Wo wir vorher runtergegangen sind. Heißt die kaputte Kamera. Also wir haben eine mit einem richtig guten Film von mir und eine mit einem Quatschkram von Björn. Ey, die frag mal, ob er die kaputte Kamera oder die ganze Kamera ist. Das ist doch kein Quatschkram. Ja, aber das bringt uns doch keine Klicks, Björn. Das musst du doch einsehen. Naja, das ist... Ich mein... Okay, wir treffen uns bei der Kapsel. Hat er weiß... Hat er weiß die ganze Kamera oder die kaputte Kamera? Kaputte Kamera. Ah, da ist die von vorhin. So, dann müssen wir nur noch zur Kapsel. Wo ist die? Wenn da die Fabrik ist... Ja, wir sind jetzt schon oben. Aber der Hardref? Ja, dann ist es hier irgendwo. Ey, warte mal. Wir müssen uns vom Gebäude aus... Wo ist denn der Schreckenmann? Was ist denn der Schreckenmann? Schneckenmann. Ach, Schneckenmann. Der auf die zu rennt. Warum sterb ich... Da ist Hardref, da ist Hardref. Hardref, komm. Achtung, zwischen uns ist ein Schneckenmann. Siehst du mich? Ja. Teiser. So, und da ist die Kapsel. Komm. Wir schaffen's. Wie gut wird das denn? Das ist der letzte Tag geworden. Habt ihr auch das Gefühl, dass wir ohne Björn ein bisschen stärker sind? Wow, wow, Eddie, wow. Äh, Problem? Was denn? Ich hab dich doch eben noch gesehen, hier, äh, äh, äh... Schneckenmann. Nicola, wo bist du denn jetzt? Werkt bitte meine Kamera? Wir brauchen die Kamera von Björn. Ja, die ist gut. Wir brauchen die Kamera von Björn. Nee, wir brauchen die Kamera von Hardref. Nein, ich hab richtig guten Content gemacht. 3K, doch ein 3K, Eddie. Sag mal, da war doch Hardref gerade. Ich hab ihn doch eben noch gesehen. Bist du tot, Hardref? Nein, nein, nein. Wie, nein? Ich bin bei der Kapsel. Oh, dann sag das doch. Junge, wir sind gerade auf Rettungsmission zu dir. Kommunikation, ey. Nix, die hat er jetzt nicht. Wir brauchen nur eine. Ja, Mensch, heute... Was dummelt ihr denn so? Ja, das reicht 1,7K. Glaub's mir. Ja, ob er nicht... Da ist die Explosion drauf. Und der... Der eiserne... Die eiserne Jungfrau. Das wird reichen. Auf das aber auch. Ja gut, dann... Wir warten hier in der Kapsel auf dich. Ich hol die Kamera von Björn. Okay. Was ist denn? Komm, wir warten. Oh, ich bin sicher. Dann sind wir... Ich hör das. Ach, scheiße. Du bist tot. Du darfst nicht sprechen. Achso, Entschuldigung, warte mal. Ich müde mich. Hättet ihr das Problem? Die hören dich am Discord. Ja, aber die dürfen mich nicht hören. Ja, wir können... Also, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt gemeinsam können, hochfahren. Ja, wir warten mal. Der wird's eh nicht überleben. Aber wichtig ist, dass du mit der Kamera überlebst. Du kannst die Kamera auch mir geben und... Ja, nee, 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 nee. Ich weiß doch, warum wir drüber haben. Hast du noch eine Taschenlampe eigentlich? Nee, nee, nee. Ich bin blank. Warte, da ist es link und link oder links. Wo? Da bleibt was Blaues. Ja, da ganz hinten. Stimmt. Der kommt... Der findet niemals die Kamera. Da ist eh nur Quatsch drauf. Da kommt er. Aber wir machen jetzt zu. Kurz bevor er kommt, mache ich zu. Hey! Nee! Oh, das kann man auch von außen aufmachen. Das ist ja dumm. Hast du die Kamera? Ne, mal in der Taschenlampe ist leer. So. So. Was ich jetzt probiert will? Was? Hä? Wir haben doch die geile Kamera! Ich hab die doch in der Hand gehabt! Hä? Was? Das raff ich nicht. Die andere Kamera nicht hatten. Auf geht's! Toll, ne? Boah Leute, ey. Hättet ihr meine Kamera mal geholt, aber nein. Ja, hätten wir mal die Kamera geholt. Ich hab noch gesagt, hol die Kamera von Björn. Ja, genau. Und wer macht's wieder nicht, Nikola? Ich hab da eventuell andere Sachen gehört von dir, aber ist okay, ist okay. Nein, nein, das ist allein Nikolas Schuld, der die Kamera nicht geholt hat. Obwohl er gesagt hat, ich hol jetzt die Kamera. Gib mir die Kamera, Eddie. Hier. Danke. Nimm sie. Endlich mal geiler Content. Ja, aber dann fall halt auch nicht immer überall runter. So, los. Machen wir auf die Scheiße hier. Wir brauchen Klicks, kommen sie schnell. Hallo! Nein, wir brauchen noch mehr Leute. War ja nur Spaß, war ja nur Spaß. Haha, haha. Abwärts. Was? So, letzter Run. Wenn das jetzt nicht klappt. Dienst sind ein Juni. Möchte jemand eine Anmode machen? Schauber nicht. Schauber nicht. Schauber nicht. Wir brauchen ja ordentlich gute Zeug. Ja. Schaut aus, links oder rechts. Abgrund nicht. Möchte jemand eine Anmode machen? Nein. Monster macht Anmode. Ich bin für geradeaus. Es ist einfacher wieder zu finden. Monster. Da ist was. Kommt ja schon. Wo? Wo ist es denn? Hörst du dir? Was war das? Was war das? Hinter dir! Der lässt ja direkt die Kamera fallen. Das ist nicht dein Ernst. Björn, ne 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 ne. Also, Freundin. Hilfe! Hilfe! Was zum Teufel? Aha, ein Scheiter. Ich hab die Kamera. Ich hab die Kamera. Ich hab die Kamera. Ich hab dich gar nicht. Ich hab nicht mal eine Taschentlampe. Da ist dein Leben. Ich hol eigentlich die Kamera. Oh, oh, im Eingang, im Eingang, im Eingang. Ja. Ah, so ist ich mal gewonnen. Ah, wie frisch. Dann noch mal, noch mal, noch mal. Hä, wieso verschwinden die Dinge einfach? Ist das ein Bug? Das ist nicht anleuchten. Das ist ein Boohoo aus Mario, der verschwindet wird. Anleuchten. Ist das so ein Boohoo aus Mario, ey? Warte, lass mal runter jetzt. Oh, hier liegt was? Hier liegt was? Ja, irgendeine Grippe oder was? Warte. Ist drauf, ist drauf, ist drauf. Zeig mal, was das ist. Ah, rechts vor uns, Spinne, hinter der Tür. Ah! Okay, sie kommt nachher. Spinne! Halt die Kamera drauf! Ne, ja, ist drauf, ist drauf drauf. Oh! 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 Oh, Film das, wie er vom Schneckenmann in den Spinnenweben gefressen wird! Oh nein, jetzt bin ich in den Spinnenweben! Film das, Film das, Film das! Oh nein, ich bin fast tot! Oh, ich bin da! Oh, ich bin da! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Und wissen wir was noch? Wo ist Björn? Tod. Der wurde doch gerade ausgemacht. Sehr gut. Dann nichts wie weg. Aber reicht das? Das reicht. Das muss reichen. Komm. Wir müssen jetzt was nach Hause bringen. Da ist was. Da links ist noch was. Film es. Film es. Ach das ist der Dieb. Ah ok. Der ist langweilig. Oh hinter uns. Da ist noch was. Ohja. Der Dieb. Ich seh's nicht. Ich hab's weggeleuchtet. Alle da? Ja naja. Ja. Also alle Überlebenden. So jetzt bin ich ja mal gespannt. Endlich wieder Footage. Ich muss ja nur ne Richtige machen. Null Dollar fürs Hospital. Das hat sich richtig gelohnt der Tod. Der hat sich richtig gut gelohnt der Tod. Danke fürs Opfern. Vielen Dank. Lass mich in Ruhe. Deine Taschenlampe. Lass mich alle in Ruhe. Hallo. Null Donnerstag. Verkürzlich deinen Krankenhausaufenthalt. Hier. Deine Taschenlampe. Entschuldigung. Also jemand. Ich mein dieser. Dieser. Ne. Hier unser roter Mann Etienne Gallet. Der disst mich die ganze Zeit immer. Überhaupt nicht. Überhaupt nichts gemacht. Ich hab getrauert im Aufsehen. Ich hab ganze Zeit geheult und getrauert. Das hast du nicht mitbekommen weil du im Himmel warst. Da. Aufs Sofa. Jungs. So ich bin gespannt auf diesen geilen Film jetzt. W ist gerade mindestens 2000 Klicks. Eingang. Eingang. Ja. Ah so siehtbar geworden. Top Tier. Ah wie frech. Top Tire. Dann nochmal nochmal nochmal. Eine Factory. Aha. Scheint so schlimm. Dürfen nicht anleuten. 760 Likes aber wir haben nur 100 Views. Das ist ein bisschen komisch. Ja ja ist drauf drauf drauf. Oh. Ja. Wo opfer ich mich denn? Scheiße. Wo opfer ich mich denn? Im Weben. Mann. Das ist. Gut das ist ein Money Shot. Guck mal wie die Zahlen hochgehen jetzt hier. Schmecken man. Schmecken man. Schmecken man. Schmecken. 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 M bist du. Ich bitte auch. Es geht nicht mehr auf. M-M Ah, die Leute mögen die Spider nicht. Stark. Fast 2.000. Das war sehr gut. Das läuft doch, oder? Du hattest die Kamera doch gar nicht. Am Anfang ja schon. Ja, aber da war ja nichts drauf von dir. Auf geht's. Seid doch nicht so gemein zu mir, ich bin doch auch neu in das Spiel. Du hast dich gut geopfert, das kann man sagen. Okay, dann opfere ich mich jetzt gleich. So, wer macht Kameramensch? Ja gut, dann mach ich. Machst du halt. Oh, Weird, Weird Raid. Weird Raid, Weird Raid, Weird Raid, Weird Raid. Dr. Weird. Was geht? Wir sind zu viert. Und spielen Content Creator oder so. Wir können uns Sachen kaufen. Oder so. Ja, alles leer kaufen. Was gibt's denn nochmal? Emotes, Emotes. Tja, scheiße. Jetzt hör doch mal auf, ich will Content-Fertiger nun haben. Ne, nicht schon wieder das Klappbrett, das hat doch gar nichts gebracht. Was? Können wir nicht irgendwas? Wir haben's wieder weg. Das ist ein Dollar, ja. Das Reporter-Mike ist geil. Das Galgen-Mike? Das Reporter-Mike oder das Galgen-Mike? Das Galgen-Mike? Also für den Content Creator dann. So. Jetzt mach doch mal das Galgen-Mike weg da, wer fummelt denn da in meinem Shop rum? Oder? Wir brauchen den Sound-Player, das ist wichtig. So. Niemand ist da irgendwie dabei. Der Sound-Player ist richtig. Oh, Umarmung. Und ich nehm noch ein Leuchtgeschoss. Ja. So, wer hat hier das Licht an? Geht sich nicht weg. So, Leute. Also, hier, Weird und alle, die gerade bei dir zugeguckt haben. Erstmal danke für den Raid, mein Lieber. Wir spielen hier Content Creator oder so. Aber wie heißt das Spiel, das wir spielen? Danke, 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 danke. So, wir müssen jetzt in ein Schreckens-Land. Und dann müssen wir das filmen. Ich bin Kameramann, jeder hat hier seinen Job. Und wir brauchen, unten rechts seht ihr, wir brauchen noch tausend Klicks. Klicks, circa. 1.100 Klicks. 1.100 Klicks, oder wie wir jetzt sagen würden, guter Monat. Jetzt können die jetzt auch noch spielen, verdammt. Lass uns mal th拜拜. Holger Store. Guck mal, ich habe ne Flare. So wie Bushido einst. Apaと思ожалуй den Film ist ja der Kameramann. Ich habe keine Kanzlekanonen gekauft. Jetzt noch eine Tasche aber für dich, wenn du willst. Wollen wir jetzt runter gehen? Seid live dabei! Ich sehe schon, da hat jemand gefallen am Sound-Tool gefunden. Wer ist denn das? Nikola. Ja, dann. Der Sound ist ja so viel lauter. Du bist fertig. Ich habe nicht lebt. Ich habe nicht lebt. Ich habe nicht lebt. Danke. Ich habe nicht lebt. Hier, Eddy. Ja, was für ein Film? Und hier sehen wir einen... ...Kopf. Spannend. Gut. Hier mit innen. Da aufnehmen, aufnehmen. Ich muss... Sag du mal. Oh, Alter. Das hält. Das macht gar nicht so viel Sinn, dass ich das jetzt in der Hand halte. Nimm mal das jemand. Wer hat denn die Kamera überhaupt? Ich. Oh, die hat ja auch nur... Oh, die hat ja auch nur einen Akku. Oh. Hab das? Ja, der hat einen Akku. Ja. Ich kann die nicht ausmachen. Ah, fuck. Jetzt klopst sie einfach. Ja, aber die gehen nicht aus. Die Flair hat einen Akku? Ja. Die hat noch... ...fünfzig Prozent. Ich kann die nicht ausmachen. Der Flair? Ja. Der Flair, ja. Ja. Oh, wir sind wieder oben. Wieder zurück. Hä? Ach, du Scheiße. Yes. Sehr gut. Comedy Timing. Stark. Warte mal, gab's... Ah, warte mal. Hier ist ein Brustkorb. Hier ist ein Brustkorb. Brustkorb? Brustkorb. Stark. Stark. Oh, Flair ist alle. Ben! Ich hab noch 34 Prozent. Okay, dann... ...müssen wir jetzt... ...das... ...sparen für irgendwas geiles. Ne. Oh, oh Gott. Hier waren wir doch schon. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mir noch einen gerochen. Oh, was? Direkt. Ja, hau den Kameramann. Das ist doch das Spiel. Das ist immer gut. Direkt den Kameramann anrempeln. Das lieben Kameramänner. Ja, wo sind sie denn? Wo sind denn? Ja, wo sind sie denn? Ach, hier warst du an der Decke. Ja. Da geht's auch noch nach oben. Da geht's auch noch nach oben. Haben wir doch eigentlich doch irgendwas an Kameras zum Berg nehmen? Ah, fuck! Was macht ihr? Was macht ihr? Was ist? Nicht dagegen laufen. Hinter uns ist ein Snailman! Hinter dir ist der Snailman! Ah! Oh, witzig. Was? Schneckenmann! Hier, meine Damen und Herren, haben wir einen Schneckenmann! Ah! Ja, dann geh doch! Okay. Weiter, weiter, weiter. Wir brauchen noch mehr Content. Mach die Tür zu! Ah! Eddie, Eddie, Eddie! Ach du Scheiße! Was ist denn das? Lauf mit! Hinterher! Oh, hier ist ein Depp. Ich bin hier unter dem Wasser! Wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Hinter dir ist aber auch der Schneckenmann! Ich hab, ich hab keinen Hackum mehr. Ich hör, ich hör den. Und das sind die News. Mein Schneckenmann verfolgt Harreff. Harreff läuft weg. Der Schneckenmann läuft hinterher. Kriegt er mich? Wir werden es nicht herausfinden. Wie kommen wir wieder hier raus? Wo seid ihr alle? Leute? Da seid ihr doch! Da ist Eddie! Komm! Wo ist die erste Kamera? Hat er. Wir gehen einfach bei Eddie bleiben. So, kommt. Wir gehen raus jetzt. Ich hab nur noch 4%. Weiß einer den Weg? Nee. Oh mein Gott! Hilfe! 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 Lauf, Eddie! Wo denn? Du bist alleine. Du bist alleine. Echt? Jo. Du bist alleine. Aber wo komm ich hier raus? Ich lebe noch. Ja, du musst die Kamera retten. Ja, ich kann nix machen. Irgendwie ist hier. Du bist auf der Decke. Was? Nee. Doch. Ich kann nichts machen. Ja, du bist in der Decke. Ich bin doch nicht in der Decke. Ja, du bist in der Decke. Bei uns. Also. Du bist in so'n... Ich kann nix machen. Irgendwas. Tja. Ich weiß nicht, was das war. Oh. Scheiße. Wer lebt noch? Er lebt doch noch jemand. Er lebt noch. 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 Wie kann ich weiter schreiten? Wie kann ich weiter schreiten? Nicola! Äh... Mit... Mit A und D. Ach da, ja. Ja, da lang. Da lang. Eine der Türen. Ich sag dir welche. Äh... Da. Nee. Andere Richtung. Nee. 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 Obwohl, das könnte es sein. Nee. Doch, ich hab... Nein, nein, nein. Nichts wegen Gitterstäben. Das könnte es sein. Oh nein. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Hier? Nee, nee, nee. Geh nochmal zurück. Nee, 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 nee. Du musst ja zu meiner Leiche. Du musst ja da, wo ich... Der Sauerstoff, Eddie! Der Sauerstoff! Ja, aber soll ich dir sagen? Rechts, rechts! Dann hör doch auf mich! Ja, wo rechts? Hier, ne... Es gibt nur einen rechts. Geradeaus. 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 Ja, da. Da durch. Ja, ich fahre noch ein bisschen. So, geradeaus, geradeaus. Links. Links, links. Gott. Nee, falsch. Ja, ich weiß doch auch nicht. Es sieht doch alles gleich aus. Mann. Ja, dann lenk du! Ich weiß doch auch nicht. Ja, aber... Ja, jetzt ist vorbei. Es ist ein bisschen schwer, sich zu orientieren, wenn ich mal ehrlich bin, in diesem Spiel. Es sieht alles fucking arsch gleich aus. So, jetzt hab ich keinen Bock mehr. So, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Nee, jetzt ist Schluss. Ich mach jetzt Schluss. Aber das ist ein Bett. Ja, auf zwei Tage für 1,1k, das geht ja doch. Kannst schnell ins Bett. Aber das macht... Das ist doch nervig. Wir müssen zusammenbleiben. Okay. Ich find, die Soundanspieler waren sehr präzise und sehr, sehr gut. Mann, ey. Algenob stinkt. Die Kamera war auch ganz okay. Ich weiß es noch nicht. Ey, irgendeiner muss doch sich mal orientieren. Ja, es sieht einfach random. Irgendeiner muss doch wissen, wo wir herkommen. Genau, jeder merkt sich, wo wir herkommen. Okay, okay, okay. Der eine ist der Navigator. Wir haben gar kein Equipment mehr, keine Taschenlampen mehr, nix. Dann mach ich jetzt den Navigator. Ich merk mir das jetzt. Wir müssen die Kamera wiederfinden. Wir müssen das so Hänsel und Gretel mäßig irgendwie machen. Irgendwie an markanten Stellen. Das ist jetzt aber wirklich der letzte... Der letzte... Wir brauchen die Kamera. Was sagen Sie dazu? Ja, geil. Man kann mir eh nicht hören. Sehr gut. Stimmt. Wir haben noch mal was leer geholt. Boah, ist nicht Zeitbar. Alle rein! Abwärts! 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 Ja! Hat der eine Kamera dabei? Ja. Okay. Ja, das wäre jetzt scheiße. Steinbrecher, danke für deinen Sub. 19 Monate, vielen Dank. Oh, hier geht's auch lang. Danke, danke, danke. So. Also. Wo haben wir die Kamera verloren? Wie wär's, wenn wir nicht runter gehen, sondern oben bleiben? Dann wissen wir, zumindest schon mal, dass wir auf der richtigen Ebene sind. Okay. Ach so, ihr wollt die Kamera wiederholen. Das macht natürlich Sinn. Naja, klar! Ja gut, dann gehen wir runter. Ich hoffe, ich bleibt dir da. Hasel, danke für dein Raid! Hasel, lose! Hasel, lose! Wir spielen Content-Warning. Hasel, lose! Hasel, lose! Hasel, lose! Wir müssen jetzt verloren. Wir müssen jetzt hier runter... Ich hab' ne... Ich hab' ne Flair. Ja, du hast ja überhaupt eine Flair. So, wir sind links gegangen, meine ich. Okay. So, dann sind wir hier durch die Tür gegangen. Ja, aber einer muss doch jetzt mal die Leitung übernehmen. So, dann gehen wir hier grade aus. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ja. Gut. Ne, hier runter ist falsch. Dann hier links. Ja. Ist direkt für rechts. Ist direkt für rechts. Ja, von eurer Seite aus. Ich bin euch ja entgegengekommen. Ja, okay. Fucking Klugscheißer. Kein Wunder, dass wir keine YouTube-Stars werden. Hier, ne, nicht Gitterstäbe. Gitterstäbe ist falsch. Nein! Okay. Es war in einem langen... Ja, hier ist der Raum mit den vielen Türmen. Hier war ich. Und dann bin ich irgendwann... Ne, hier ist es nicht. Ich erkenne es wieder, wenn ich es sehe. Glaubt mir. Ich hab' ne gute Orientierung. Oh ja, doch, 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 doch. Warte. War das hier? Ich bin hier irgendwo gestorben. Was ist hier? Chorby? Hier ist ne Spine. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hier ist die Kamera! Ich hab' die Kamera! Ich hab' die Kamera! Weil ich nämlich die Orientierung down hab! Hallo? Ja, warte, wir haben ein Problem. Was? Ach du Scheiße, was ist das denn hinter dir, Medusa? Das ist der Wurrmann. Der Wurrmann, ich hab' die Kamera! Leute, der Wurrmann kommt direkt auf mich zu! Ihr müsst mich rennen! Ich renne hier einmal rum. Ich hab' den Wurrmann... So, jetzt zurück! Jetzt zurück! Habt ihr den Wurrmann gefilmt? Ja, ja. Ja. Okay, ich hab' die andere Kamera! Ja, komm! Na hoch! So, Björn! Jetzt sagst du nix mehr! Nee! Orientierung... Eines Meisters! Nein, nicht Gitterstäbe! Hier! 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 Machen wir doch die Funzel nicht ins Gesicht! So! Nee! So, dann hier links! Ich weiß, wo's lang geht, Leute! Das ist ein Jahr Pfadfinder! Ich sag's euch! Ja, ja, ja! Komm! Hier! Hier! So, jetzt gehen wir hier links! Ihr könnt das ruhig alles filmen! Das soll die Welt ruhig alles sehen! Wie ich uns hier rausguide! Wo geht's lang, Eddie? Ja, ganz ruhig! Ja, ganz ruhig! Ganz ruhig! Eddie sagt... Oh, stark! Ja! Eddie, was ist da los? Wie, was ist da los? Ich hab' schon die ganze Zeit die beste Orientierung! Das ist leider wahr! Eddie, es wird eigentlich unsere Orientierung! Wir, wir bezweifeln lassen! So, und jetzt raus hier! Aus den Booms! Hinter uns! Hinter uns! Find es! Find es! Komm schon wieder! Einfach weg! Nicola! Nicola, komm her jetzt! Bei Fuß! Ja? Ja, ihr macht die Tür auf! Stark, Leute! So, jetzt haben wir's brauchen! Sonnig! Jetzt haben wir zwei Filme! Welcher ist besser? Meiner! Also muss man zugegen, MVP! Was MVP? Du warst abgeschnitten zum Ende! MVP ist ready! Hallo, hier ist die Abmord! Wir sind voll gut! Wir haben's geschafft! Wir leben noch! Ich stecke im Baum fest! Yeah! Warte mal! Ich hab' die Kamera reingeworfen! Aber keine CD gefangen! Nee, nee, nee! Die ist runtergefallen! Und ich hab' die noch mal an! Geil! So, okay! Mach' die zweite Kamera! Geil! Wir machen hier richtig... Ja! Double Action! Jetzt wird's zum Abschluss nochmal richtig geil! Welche Content Creator kennt ihr, die euch zwei Videos präsentieren? Das ist nur wir! Why Shitty sind wir! Why Shitty? Das ist ne gute Frage, ey! Warum so schlecht? Geil! Why Shitty? Das finde ich gut! Mhm! Aber wir werden brauchen das Ding hier! Windows Update! Mach' schneller! Mach' schneller! Wie könnte unser Name sein? Wie ist denn das passiert, wenn man... Als Content Creator? Wir brauchen so ne... Why Shitty? Why Shitty? Ja! Oh ja, tanzen! Ach, die sind für immer die Emotes! Die sind nicht nur einmalig! Ist ja lustig! Nee, Antwort nicht! Cool! Das passiert halt, wenn man Windows nimmt und nicht Linux, ja! Oh, der feine Herr! Ja! Mein Betriebsfilm ist deshalb deins! Was habt ihr denn da gedreht? Was ist denn da los? Kann er einmal den Stecker ziehen? Tja! Ich sollte dich die ganze Zeit filmen, wie du den Weg raus findest! Das war schon sehr beeindruckend! War schon ein bisschen merkwürdig, dass das so lange dauert! War vorhin auch schon so! Da sind noch kleine Schmuddelfilme hier mit drauf! Ja, pscht! Ich hab' mich rausgeschnitten, glaub' ich! Das ist doch komisch! Das ist doch komisch! Wollen wir schon mal eine angucken? Ja, vielleicht geht das nicht, solange wir nur eine... Ja, wir können ja... Ja, wir können ja... Ja, wir können ja... Ja, wir können ja noch zwei... Das ist jetzt das alte oder das neue! Das ist jetzt das alte! Das ist jetzt das alte! Jetzt geht ich's lang deswegen! Hallo! Stark! Das ist jetzt unsere Tasche aber für dich, Flippels! Willst du runter gehen? Seid live dabei! Oh ja! Jetzt bist du! Äh... Okay! Hey! Ich hab mich legit nach dem Toaster grad umge... Hier, Eddy! Ja, hast du einen Film? Und hier sehen wir einen... 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 Das sind Kommentare, die ich tatsächlich schon gehört hab! I wonder if your tennis having fun! Ich hab' das schon exakt so gelesen! Ja, aber die gehen nicht aus! Kommt ja auch! Ja, ja... Ich möchte auch mal das... Achtet auch mal drauf, wie filmisch ich das inszeniert habe hier! Hier! Spielfilm! Gratis-Spielfilm! Ich hab' Radio-Voice! Perfekt! Ungezählt! Hier! Jumpscare! Hier hab' ich einen Jumpscare gefilmt! Achtung! Guck mal! Jetzt ist er weit weg! Schnitt! Jetzt ist er nah dran! Eddie! 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 Was ist das? Noch mehr Kobolde! Ja! Siehst du, ich bin hier und irgendwas! Und das sind die News! Oh mein Gott! Was... Lass uns hier auch an! Das ist so schön! Ja, war gut! War gut! Eddie, ein starker Schnitt! Dankeschön! Oh! Jaaa... Fuck! Die zweite... Äh... Naja... Fehlgeschlagen! Ja... Ich weiß auch nicht! Fehlgeschlagen! Habt ihr die CD zerkratzt? Oder was? Ne, ich mein' wir haben 6... 6,8k für 3k! Also ich mein' das haben wir geschafft! Aber jetzt kommt die auch nicht mehr raus? Oder was? Ne, ist kaputt! Können wir uns die angucken! Das ist... Aber das haben wir geschafft! Mit der einen haben wir geschafft! Auf jeden Fall! Jetzt gehen wir noch einmal schlafen! Und... Nächsten Tag sind wir YouTube-Stars! Ja! YouTube-Stars! Jaaa... Auf jeden Fall wäre! Jaaa... Einfach nur von uns dann wegrennen, Hardref! Easy! Und hoffentlich überleben vorher noch! Das ist so ein bisschen... Das kann ich nicht! Und 600 Dollar haben wir übrigens! Dafür können wir uns die Umarmen-Geste kaufen! Dafür können wir richtig viel... Koffettikanonen kaufen, oder? Oh ja! Kannst du die Koffettikanonen? Geil! Gibt's eigentlich in dem Spiel noch andere Schauplätze als... Als diese eine graue Welt? Ich hab keine Ahnung! Ne, ne? Ne, aber ich mein' die ist ja mal anders! Ja, aber... Ja... Na gut, Leute! Ich mach' jetzt aber Schluss! Achso! Ne, jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Feierabend! Wir haben alle Ziele erreicht! Ach ne, ne! Wir haben gar keinen Tag mehr! Ne! Ja, wir haben jetzt wieder neue drei Tage für neue Ziele! Ah, okay! Ja, ne? Aber... Aber der Papa muss ins Bett! Ja... Also und mit ins Bett meine ich sechs Stunden... ähm... Social Media... Clips gucken! Ähm... Es war mir eine Ehre! Björn, sehr schöne Idee! gewesen! Mit Content... äh... Warning! Dankeschön! Folgt Björn auf Twitch! Kieler Kerl! Ein feiner Kerl! Eintracht-Fan! Natürlich! Kann man folgen! Kann man folgen! Twitch auch regelmäßig! Streamt auch regelmäßig! Also... Kieler Kerl! Einfach mal folgen! Danke, Hardref! Danke, Nicola! Gerne! Ihr wart super! Vielen Dank auf drei, dass ihr da mitgemacht habt! Ja, dankeschön! Danke, Eddie! Auch super! Danke! Ihr wart alle toll! So, genug geswaffelt! Jetzt reicht's! Ich schmeiß euch jetzt aus Discord raus! Tschüss! 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 So! Das war doch mal ganz nett! Das Spiel nennt sich... Hier, ich zeig's euch nochmal... Content Warning! Äh... Ein bisschen chaotisches Spiel, aber ich glaube... In der richtigen Gruppe... Also das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen... Ähm... Hier sieht man auch... Ich glaube, da kommt natürlich auch noch... Guck mal hier, was für fiese... Kommen noch richtig schlimme Sachen hier... Da war ich auch drinne... Okay, also für so 8 Euro oder was kostet's? Hier... 7,80 Euro... Finde ich kann man das schon mal machen... So für ne... Für... Auf ne LAN-Party oder so... Mal mit den... Kumpels oder so spielen... Äh... Ist das echt auf jeden Fall... Äh... Ganz lustig gewesen! Ähm... War mal kostenlos sogar... Okay... Ja... Gut... Aber... Nettes kleines Indie-Game... Checkt es ab... Und... Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie's euch gefallen hat... Das war's mit Content Warning! Tschüss auf die Nüss! Mö... 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 Mö...